Herzlich Willkommen für den Sonntag von der Fossuil von unten. Schön, dass ihr gemüht seid. Alle nachfolgende Guggen, wir haben vier Stunden fertig. In einigen Schmalt. Und jetzt sind wir noch mehr Flussmonsterkonzerte hier. Und die, die alle teig sind, gibt es meine Bratwurst, die wir angesetzt, vorne, links, rechts und schmabel. Dort ist es schon im Wart innen. Und dort unterstützen wir die Fossuil von der Fossuil von unten. In der Fossuil von unten.